Ja hallo, einen schönen guten Abend. Wir haben sich heute hergestellt. Mein Name ist Anwalt Nimmer Sat. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da tue, aber in der Krise muss man einfach einmal zu anderen Mitteln greifen. Ich muss heute Abend zu Abend Programm machen. Es nutzt nichts. Aber ich habe Unterstützung. Ich möchte euch mal vorstellen, die Uta von Trautmannsdorf ist auch bei mir heute dabei. Die gibt mir ein bisschen seilische Unterstützung in der schweren Zeit. Also im Moment ist es ja echt brutal, muss ich sagen. Aber was soll ich viel Worte davon verlieren nicht? Ich sing euch lieber ein Lied. Es ist ein bisschen ein trauriges Lied. Ich habe ein bisschen Verständnis auch für uns oben, die jetzt so viel verzichten müssen. Aber bitte, ich sing's lieber vor. Last Christmas war ich auch schon da, weil ich Geld habe wie heute an Privatjet der Klo. Das interessiert jetzt keinen mehr. Die Skischaukeln seien jetzt geschlossen. Ich schlussend, Sankt Anton und Co. Busse links, Busse rechts hat wohl immer wie schön. Gut, schlussend. Schikrallwink, klein Praterbus. Man gönnt sich ja eh so wenig. Aus, vorbei. Sag mal hör ich richtig. Tut uns leid, werde ich beschwichtigt. Das geht mir jetzt aber auch wirklich zu weit. Was glauben Sie, wen sie vor sich haben. Ich bin's, der Herr Bankdirektor, Anwalt meines Zeichens, Key Account Manager, American Express, Mastercard und Visa. Ich hab sie alle, ihr Unterschicht g'vrieße. Last Christmas, wo ich so galant Apresci an der Bar fürs Hasi am Diamant. Dies hier, wie kann er mal muss, wo sie's denn da eigentlich los? Plötzlich geht der Himmel auf, ihr hört der Stimme, glaubt er ist nur drauf. Dabei hat er halt gar kein Langezogen, zu viel, zu oft, und durcheinander die Drogen. Hallo, spricht Mother Nature, mach mal langsam jetzt, nimm die nicht so wichtig, brauchst jetzt, kann man nie bleiben, einfach da hohen, sonst wär's das bei dir mit dem Schiff vor. Last Christmas, wo ich so galant Apresci an der Bar fürs Hasi am Diamant. Dies interessiert jetzt kein mehr, die Skischappel ist jetzt geschlossen. Das ist so traurig. Ute, Ute, das ist so traurig. Ich kann mich trinken noch, ein bisschen Champagner. Oh, schon wieder leer. Na, schon. Na, also, ihr Lieben, lasst es euch gut gehen, lasst es euch nichts abgehen, tun wir noch ein bisschen Champagner trinken, damit das alles nicht so traurig ist. Und Geld allein macht nicht glücklich, das wissen wir schon. Aber schön, Ute, Mausi, du kriegst noch der Mantel. Pussi, macht's es gut. Tschüss. Tschüss. Mwah.